Die Männer des Reichsarbeitsdienstes bewähren sich im besonderen Maße bei der Wiederherstellung der zerstörten Strafen und Brücken. Die Männer des Reichsarbeitsdienstes bewähren sich im besonderen Maße bei der Wiederherstellung der zerstörten Strafen. Der Mann war hier wegen der Stelle als Bote mit einer Empfehlung. Ich habe gesagt, er soll morgen wiederkommen. Aha, das ist gut, Dankeschön. Bitte schön. Herr, zu dumm. Ja, was ist denn er da? Meine Aktenmappe, ich habe sie im Wagen vergessen. Ja, soll ich sie holen? Nein, der Chauffeur soll sie heraufbringen. Dankeschön. Bitte schön. Juhu! Anyone home? Hiya, Mr. Ranger! Hey, Mom! Mr. Ranger's here! Oh! Hey, look out! Oh! Sorry, Mr. Ranger. Oh, that's all right, kid. I'm used to an unusual welcome around here. About ready to call it a season, Anna? Oh! That's for sure. I was just about to cut the cubs in for the winter. I love you, Mr. Ranger. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020